Musik Schöne Grüße Leute, heute mal wieder ein normales Video, kein Stream oder sonst was Ich bin natürlich nicht faul geworden und mache jetzt nur noch Streams, sondern ja, ich schneide auch noch Videos und so weiter Natürlich bleibt der Kanal so erhalten wie es ist, es haben sich einige Sorgen gemacht, da ich nur noch Streams mache und die nicht ankündige Nein Leute, diese Woche erwarten euch auch einige Videos, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, Gilden Showdown ist wieder da Danach ein Bezirkswunder, kommt immer Battle Royale und so weiter und so fort, heute geht es natürlich ums Gilden Event Wundert euch nicht, warum ich aussehe wie ein misshandeltes Eichhörnchen, schöne Grüße an dich Jonkobull Ich habe eine Wette verloren, so sieht man aus, wenn man Dortmund Fan ist und gegen einen Bayern Fan wettet, dann hat man keine Haare mehr auf dem Kopf Aber darum soll es natürlich heute nicht gehen, ich will mir mit euch natürlich unser Gilden Event Ergebnis angucken Dann werden wir uns die ganzen Sachen einsammeln Dann habe ich auch noch zwei Pakete gekauft, denn hier nach dem KVK musste ich hier einiges an Macht wieder nachholen Da bin ich gerade bei, die Pakete können wir uns mal kurz anschauen, die ich mir gekauft habe Ich habe mir einmal für 21,99€, das ist aber allerdings schon ein paar Tage her, wie ihr sehen könnt Habe ich mir dieses Beschleuniger Paket hier geholt Mit den Heiligen Sternen, die ich auch für das Gilden Event gebraucht habe Da ich so schlau war und eine Quest angenommen habe, wo zweimal der Labyrinth Boss kommen muss Und nach 25.000 Heiligen Sternen kam der einfach nur einmal Deswegen musste ich mir dieses Paket sogar kaufen, sonst hätte ich eine Quest verkackt Aber wie ihr sehen könnt, hier sind einiges an Kisten drin Und die werden wir natürlich auch gleich öffnen, nachdem wir die Gildengeschenke eingesammelt haben Und dann habe ich mir natürlich hier diese Glückskiste gekauft Vielleicht kriege ich ja 100k heilige Sterne oder Steine, wie ihr die auch immer schimpfen wollt Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen Labyrinth machen So, ich hoffe das funktioniert hier mit der Aufnahme Das ist ja hier so ein anderes Aufnahmeprogramm Und damit ich auch hier mit Facecam machen kann Aber das sieht ganz gut aus So, wir schauen uns mal an, wie weit wir gekommen sind Leute Wir haben wieder mal unsere Bestleistung geknackt Letztes Mal hatten wir ja glaube ich 116.800 Punkte Jetzt haben wir 118.600 Punkte Wir haben es wieder nicht geschafft, die Stufe 24 zu erreichen Aber Leute, es geht ja darum, sich immer wieder zu steigern Und das haben wir geschafft Wir sind jetzt wirklich ganz nah dran Und ich denke mal, in Zukunft wird dann bei uns die Stufe 24 einfach nur Standard sein Wir haben uns jetzt immer Stück für Stück rangeschlichen So will ich es mal schimpfen Ich glaube, wir sind hier in der höchsten Liga bei 109.000 Punkten gestartet Haben uns jetzt über die letzten 3-4 Monate auf 118.600 gesteigert Und die letzten 3.400 Punkte, die uns da jetzt fehlen Die schaffen wir in den nächsten Gilden Events dann auch Und dann werden wir es immer schaffen Aber trotzdem, diesmal haben wir es nicht geschafft Auch wenn es unsere beste Leistung war Trotzdem natürlich Danke an alle, die da teilgenommen haben Und ja, ihr kennt das schon Die ersten 10 hier bei uns aus der Gilde Die will ich natürlich mal wieder namentlich nennen Holgi Einfach mega krass, Digga Du hast einfach alles zerstört Hat hier 2.072 Punkte, Leute Das müsst ihr euch mal vorstellen Einfach mit jeder Quest über 200 Punkte geholt Das ist schon richtig heftig Und das ist jetzt auch kein richtig heftiger Cashplayer oder sowas Der jetzt irgendwie 700 Millionen Macht hat Sondern ich glaube, der liegt so bei 110 Millionen Macht oder so Also es ist schon eine richtig krasse Leistung Danke auf jeden Fall nochmal Holgi Styles aber auch Skubu hier Dritter Platz 1.594 Styles 1.616 Robin der Hut 1.594 King Sammy 1.442 Max Ball 1.000 Sogar mit nur 9 Quests 1.442 Max Ball 1.427 Odin 1.420 Greenway 1.410 Xantra 1.400 Und R300 Golf 1.400 Das waren hier unsere besten 10 Ich habe 1.225 Punkte geholt Ich hatte diese Woche Also die letzte Woche echt wenig Zeit Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben Deswegen kamen auch zu wenig Videos Das wird sich jetzt wieder ändern Ich habe aber ja natürlich auch noch die Bank von uns Die ich natürlich auch gemacht habe Hier mit 1.121 Punkten Zero Hero ist ja unsere Bank Das kann ich ruhig hier im Video sagen Die hat sowieso immer ein Schild Da könnt ihr eh nichts holen Und ja Das heißt Ich musste 20 Quests machen Und das obwohl ich wenig Zeit hatte Aber trotzdem Ja Meine Leistung war jetzt nicht so atemberaubend Da werde ich auf jeden Fall beim nächsten Gen Event mal wieder was draufsetzen Aber 1.225 Punkte hier geholt So aber das ist ja alles auch nur nebensächlich Ich kann auch mal unsere Liga zeigen Ska mit 25 Milliarden macht 141.000 Punkte Das ist echt krass Da muss ich das mal überlegen Das heißt im Schnitt hat jeder bei denen 1.410 Punkte geholt Heilige Scheiße man Das ist schon krass Das ist schon wirklich krass Da wird man sich auf jeden Fall nicht mit messen können So Wir machen das jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf Weil wir haben ja noch einige Kisten zu öffnen Und ich würde mich damit auch nicht zu lange nerven hier Hier nehmen wir natürlich Forschungsboost Auch wenn es nur 3 Stunden sind Natürlich immer die Tötertruhen nehmen Hallo Hier für mein Monsterjagd-Set Da brauche ich noch einige Dinge Ja hier brauche ich eigentlich nur den Angriffsboost Auch wenn das jetzt nichts besonderes ist Nehmen wir hier mein Infanterie-Angriffsjuwel Dann wieder natürlich Tötertruhen Sensemann-Truhen Tötertruhen Ey Leute wie viel Lack habe ich eigentlich 13 Tötertruhen Das ist quasi ein 5 Euro Paket Richtig geil Natürlich nur quasi Ich kriege ja jetzt nicht die anderen Sachen Die noch in dem Paket drin sind mit dabei Aber trotzdem hier 13 Tötertruhen Echt Glück So Hier nehme ich auf jeden Fall das Juwel Dann Schneebestientruhen Ich bin echt bald kurz davor Meine Schneebestien-Handschuhe auf Lila zu kriegen Deswegen hier ganz wichtig die Truhen nehmen Hier nehme ich nochmal das Infanterie-Angriffsjuwel Oder Fernkampf-Angriffsjuwel Ich nehme mal Fernkampf-Angriffsjuwel Ich bin ja jetzt mit Eigentlich wollte ich ja auf Infanterie-Fernkampf gehen Aber irgendwie ist mein Kavallerie-Fernkampf-Set viel besser Deswegen brauche ich jetzt hier mehr Fernkampfjuwelen Damit ich das Set noch weiter ausbauen kann So Ja hier nehmen wir Kristalle Hier nehmen wir wieder Schneebestientruhen Hier nehmen wir mal ein bisschen Gargantur Boah ne Also die Greifentruhen brauche ich jetzt echt nicht mehr wirklich Dann nehme ich lieber 24 Stunden Beschleuniger Hier haben wir auch nochmal 45 Stunden Beschleuniger Hier haben wir viel Monster-Energie Wie viele Prozent sind das? 10 Prozent? Aber ich glaube ich habe keinen Boost mehr oder? Ne ich habe null Ja dann nehmen wir die beiden mal lieber Obwohl 10 Prozent ist echt wenig ne Ich meine bevor man richtig krass Truppen pusht Da kauft man sich 5 Euro Paket Da gibt es glaube ich schon 20 Prozent Boost Oder irre ich mich da? Ach komm wir nehmen die 10 Prozent hier Bevor ich da wieder gar nichts habe Wenn ich den nächsten Mal wieder Truppen pushe So Das machen wir so Das machen wir so Uiuiui Federkill der Ausrüstung Kostet glaube ich so 270.000 Münzen Ein Talentmeistatt kostet 90.000 Münzen Das heißt Zweimal Federkill der Ausrüstung müsste besser sein Natürlich sind Juweletruhen auch sehr interessant Da meine Da ich noch nicht so viele gute Juwelen habe Aber Ich zeige euch mal am Ende heute vom Video Was ich so in nächster Zeit forschen will Und da brauche ich auf jeden Fall diese Federkille Deswegen nehme ich die jetzt hier einfach mal mit Der eine oder andere hätte wahrscheinlich die Juweletruhen genommen Aber ich glaube das tut sich jetzt nicht so viel Juweletruhen kosten glaube ich 99.000 Gildenmünzen oder so Also Wenn man nur auf die Gildenmünzen schaut Ist das glaube ich das Beste was man nehmen kann Hier nehme ich natürlich lieber die 67 Truhen hier Boah ich hoffe ich habe da einige von diesen Augen drin Hier nehmen wir die 51 Truhen Können wir gleich schön ein fettes Kisten Opening machen Und hier nochmal 3 Tage Beschleuniger Ja 3000 Punkte knapp Über 3000 Punkte haben uns nur gefehlt Dann wäre die letzte Stufe hier 6 Tage Beschleuniger Boah da hätte ich natürlich gerne genommen Aber wie gesagt Leute Wir haben uns wieder gesteigert Und das ist das einzige was zählt 34.000 Gems habe ich auch schon wieder gespart Bald werden wieder Truppen gepusht Wann ist hier eigentlich meine Mine fertig? 7 Tage Wie viel gibt es dann? Boah schön 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 Also bald kann ich wieder schön Truppen pushen So Jetzt gehen wir zum Kisten Opening Das wird heute mal wieder ein etwas größeres Ding Das heißt vielleicht habe ich Glück Und ich ziehe heute mal wieder ein goldenes Teil Hier diesmal dann Live Reaction mit Facecam So Erstmal hier die ganzen langweiligen Scheißdinger wieder wegkloppen Komm schon Oh 5 Juwelenthronen habe ich sogar Ich würde ganz gern ein blaues Cavallery Juwel jetzt mal hier kriegen Ich glaube dann kann ich mir ein lilanes zusammenschmelzen Das wäre richtig geil Ein grünes Ein grünes Ja ok Damit bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden Hier die Materialthron Ich denke mal ist genauso wie bei euch Die brauche ich nicht mehr Alter wie viele Trojantruhen habe ich denn hier 111 Das ist ja echt mal wieder ein fettes Opening Oh ich habe sogar noch süßes oder saures Kisten hier am Start Oh mein Gott Leute Heute können wir wieder einiges öffnen So Wünscht mir jetzt auf jeden Fall Glück Leute Ich schaue nochmal ob das hier mit der Aufnahme immer noch klappt Jo das scheint immer noch zu klappen Zumindest ist es da ein grüner Punkt Nicht da ich das jetzt hier öffne Und dann ist es nicht aufgenommen Wie teilen wir das Wir teilen das hier mal durch zwei Machen wir einmal 36 einmal 37 Wenn mich da jetzt meine Matik nicht komplett verlässt Ui nur drei gewöhnliche Augen ist jetzt nicht so besonders Aber wir haben ja noch 37 Komm schon Nochmal drei gewöhnliche Ich glaube das hat mir gar nichts gebracht Kann das sein? Das kann sehr gut sein Denn hier ist kein Ausrufezeichen Das heißt mir hat das nichts gebracht Die Schuhe würde ich hier natürlich gerne mal auf Blau kriegen Oh Leute ich sehe schon Das ist echt knapp Hätten die mir nicht zwei blaue Augen in diesen Ja 73 Truhen geben können Mann 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 So knappes Ding Naja Säbelzahntruhen hier machen wir genauso 30 und 31 Ui 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 Leute Ui 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 Das sieht heute wieder nicht so nach dem Glück aus Was ich mir erhoffe Da brauche ich gar nicht nachschauen gehen Das hat schon mal prozentig nichts gebracht Hier machen wir mal 30er Schritte Oh ich dachte erst Ich habe schon wieder dieses legendäre Teil gesehen Da ist mir Ich weiß noch beim letzten Mal das Trojan Juwel Meine Fresse war das geil Jetzt machen wir hier mal 40 Boah ich sehe die ganze Zeit diese epischen Sachen Und frage mich dann selber so Mann ist das jetzt ein seltenes Teil Nein leider nicht Antike Blau pausiert zweimal Komm schon jetzt 41 bitte Wenigstens ein episches Oh Leute Mann Das ist echt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe Aber egal Egal Auch Kleinvieh macht auch Mist Auch die kleinen Sachen hier Diese gewöhnlichen Sachen Irgendwann werden die mal zu blauen Sachen Und irgendwann dann mal zu lilanen Sachen Was fehlt mir denn hier eigentlich noch so Zack Zack ja okay Hier fehlen mir noch zwei epische Ist aber jetzt auch nicht mehr so Ja ich sag mal so utopisch weit weg Der wird auch demnächst irgendwann Vielleicht sogar dieses Jahr noch auf lila gehen Und auf lila ist der ja eigentlich schon ziemlich krass Hier Notzrostruhen Ich glaube die sind eigentlich ziemlich egal Blitzfiole habe ich schon Oh Notzrostjuwel Ich weiß zwar nicht Das bringt Produktion, Nahrung und Armeekapazität Also ist jetzt eigentlich nicht so geil Aber haben oder nicht haben Produktion, Nahrung und Armeekapazität Könnte man also für so ein Sammelset gut gebrauchen Wenn man einfach nur fürs Gilden Event Oder wenn man generell mal einfach Ressourcen braucht Auf Sammeln umskillt Braucht man weniger Truppen für ein Feld Und verliert dann auch weniger Falls das Feld angegriffen wird Aber naja Ist jetzt natürlich kein so krasses Juwel Ja nice man Das ist geil Viermal Stärke Boost Da bin ich jetzt erstmal wieder die nächsten Tage ausgesorgt Das gefällt mir Also das feiere ich auf jeden Fall richtig Viermal 2000 Kristall oder so kostet einer Könnt ihr euch ja ausrechnen Da habe ich einiges gespart Hier machen wir jetzt mal 20 Okay 20 ist eindeutig zu wenig Machen wir mal 25 Oh Leute kommt schon Ich will jetzt hier heute auf jeden Fall wenigstens noch ein episches Teil sehen Gewöhnlicher verfluchter Schädel Oh Leute schon wieder Ey es zuckt immer so Wenn ich diese legendäre Scheiße da oben sehe Komm schon Bienenköniginkiste Oh Mann nicht Ein Bienenkönigengift Hier machen wir 30 Aber Höllenherzogtruhen interessieren mich nicht so Deswegen da ist es jetzt eigentlich nicht so wichtig Ja haben wir auch nichts bekommen Komm jetzt hier Tötertruhen Was erhoffe ich mir Ich brauche diese Diese rostige Kette oder wie die heißt Boah krass man Aber wieder Wieder kriege ich nur zwei rostige Ketten Ich brauche keine Jägerflammen und so Davon habe ich eigentlich genug Ich brauche diese scheiß rostigen Ketten Mann ey Diese blaue Jägerflamme bringt mir im Prinzip gar nichts Oder das kann ich jetzt hoch machen Ah doch 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 Oh schönes Ding Ich kann hier Mein letztes Teil was auf grau war Jetzt endlich hier auf Grün machen Schönes Ding Das ist richtig nice Jetzt habe ich kein graues Monsterteil mehr Sondern alle mindestens grün Ja okay War doch ganz gut Für dieses Teil braucht man ja keine rostigen Ketten Ich dachte man bräuchte für alle Teile rostige Ketten Weil rostige Ketten habe ich echt so gut wie gar nicht Aber das hat schon mal gut geholfen So was haben wir jetzt noch Was haben wir jetzt noch Oh wir haben ja sogar noch einiges Mein lieber Scholli Ja Pestauchringe sind bei mir echt weit weg von Nila Also da müssten wir jetzt schon ein goldenes ätzendes Gift kriegen Damit mir das irgendwas bringt Also hier die gewöhnlichen Davon brauche ich noch eine Million gefühlt Oh zwei blaue Und fünf gewöhnliche Das ist natürlich jetzt aber schon nicht schlecht Schauen wir uns das Ganze mal hier an Ähm ja Ist immer noch weit weg Aber drei von sieben jetzt Fast die Hälfte schon mal Für einen lilanen Pestauchring dann Der Pestauchring der hat schon gute Juwelen hier auch bei mir Zumindest akzeptable Juwelen Wenn der dann auf Lila geht Ist das schon eigentlich nicht verkehrt Geil Also das war schon mal nicht schlecht Bonviante Ja eine gewöhnliche leuchtende Gloriole Was machen wir hier Machen wir mal erstmal 20 Machen wir nochmal 20 kommen Und dann hauen wir die 27 die letzten durch Boah ich weiß mit Gargantuaugen Habe ich auch seit Monaten kein Glück mehr Also ihr seht es Ich glaube meine Meine Angsttrommel ist seit Vier Monaten noch blau oder so Und man braucht ja nur eine Ist ja jetzt nicht so Oh Leute guck mal an wie knapp das ist Ey kurz davor wirklich die auf Lila zu kriegen Naja Haben wir gerade das Gargantua Set im Shop Dann würde ich mir das jetzt vielleicht sogar gönnen Damit ich die Kacke endlich auf Lila habe Äh ne haben wir nicht Okay Ja gut Dann muss ich mit der Angsttrommel auf Lila noch warten Die kloppen wir jetzt komplett durch Komm schon Gib mir da mal Also ich hab noch nie etwas höheres gezogen als eine grüne Terradorn Saat Und ja Jetzt hab ich einfach mal ein 40 Geine gezogen Kann man mal machen Okay Lindwurmthruhen Da bin ich echt der größte Lacker überhaupt Da hab ich schon zwei goldene gezogen Da bin ich also erstmal ausgesorgt Boah Zwei goldene Teile man Da hätt doch jetzt Ah ne komm Jade Kugeln Da darf ich mich nicht beschweren Da hab ich schon so viel Glück hier in Lotsmobile gehabt Glänzende Perle Ja davon schmiede ich momentan eh nichts Also ist das egal Hier die Greifentrun können wir auch durchkloppen Die interessieren mich auch nicht so sehr Haben wir ein grünes Greifenjuwet gehabt Joah Komm Oh nee die Glückskiste machen wir mal zum Schluss Wir machen jetzt hier erstmal den Mist Oh Leute ey Was ist denn hier los mit den legendären Sachen Wie viele legendäre Sachen ich heute bekommen hab Aber leider nichts seltenes Okay aber wir haben zwei grüne Eisdrachenherzen hier bekommen Wie viel fehlt uns jetzt hier Boah ich bin bei so vielen Sachen kurz davor Die auf lila zu kriegen oder sonst was Aber das Eisdrachenschwert das braucht glaube ich noch ein bisschen bei mir Jo Das Eisdrachenschwert das braucht noch ein bisschen Aber Wir kennen das Sprichwort Was hab ich ja grad schon gesagt Kleinvieh macht auch Mist Leute So Jetzt wird's interessant denn Es fehlt mir nur eine epische Glocke Für Winterhandschuhe auf lila Oh Eine grüne okay Was mach ich hier Komm schon bitte Eine epische Glocke Bitte komm schon Eieieieiei Wir schauen uns das nochmal an Wie viel jetzt Endlich Wie viel letztendlich jetzt noch fehlt So Hm Wo hab ich sie denn Die Winterhandschuhe Wo hab ich sie denn hier Da unten Ah blau sind sie leider noch Blau sind sie leider noch Okay es fehlen uns eigentlich im Prinzip nur noch zwei blaue Wenn ich das jetzt so richtig sehe Oh ich könnte mir das 5 Euro Paket einmal gönnen Aber ganz ehrlich Leute Ich hab jetzt diesen Monat schon 28 Euro oder so ausgegeben Und das reicht mir eigentlich auch Ich mein Das werde ich jetzt auch noch hinkriegen Die paar Glocken hier Die paar Festglocken noch zusammen zu kriegen Da warte ich lieber ab So Jetzt komm ich aber hier zu Jetzt meine 100k heiligen Sterne Wo seid ihr Eieiei 10.000 nur Oh aber 120.000 Monster Energie Das ist Schon hab ich Aber komm Leute Ich bin mal nicht so Hier sind ja glaube ich noch seltene Teile Hier im Labyrinth Haben wir gerade einen vernünftigen Jackpot Oh nur 400.000 Ne dann spare ich lieber die heiligen Sterne 400.000 ist ja echt schon richtig Richtig schlechter Jackpot Ja Leute Jetzt habt ihr mal gesehen Wie viel Pech ich auch manchmal habe Bei Kisten Opening Wir haben jetzt Ich weiß nicht wie viele Kisten geöffnet Und wir können im Prinzip nur ein Teil schmieden Und das ist das Monster Set Teil Ansonsten haben wir wirklich nichts brauchbares gekriegt Aber naja Wir sind aber wirklich bei vielen Sachen nah dran Ich sag mal so Da wird auf jeden Fall in nächster Zeit einiges hochgehen Auf jeden Fall wird der Flammenpanzer bei mir demnächst auf lila gehen Dann die Winterhandschuhe habt ihr ja gerade gesehen werden bei mir auf lila gehen Das Eisdrachengroßschwert dauert leider noch ein bisschen Pesthaufring dauert auch noch ein bisschen Aber die Angsttrommel wird bei mir auch definitiv jetzt demnächst auf lila gehen Was noch Wie lange brauche ich hier noch für den ewigen Codex Oh da habe ich einfach mal gar nichts Okay ewiger Codex geht auf jeden Fall nicht in nächster Zeit auf lila Ja Aber das sind ja schon mal ein paar Sachen hier Mit Flammenpanzer Winterhandschuhe Und Angsttrommel Hätte ich dann schon mal drei richtig gute Sachen auf lila Das würde ich auf jeden Fall schon mal feiern So Aber ich wollte euch ja noch zeigen Was ich jetzt hier in nächster Zeit machen möchte auf diesen Account Damit ihr da so ein bisschen Update habt Seit dem KVK kam mir ja nichts mehr zu dem Account Ich habe einiges geforscht Und zwar Bin ich jetzt hier dabei Ihr seht ja auch schon Hier habe ich alles auf 7 Hier habe ich alles auf 6 Hier habe ich sogar Trainingstempo 10 schon fertig Gebt einfach mal 24% mehr Trainingstempo Leute macht das auf jeden Fall Jetzt mache ich hier gerade Kasernenerweiterung auf 10 Ist jetzt eigentlich nichts so krasses Diese Kasernenerweiterung Aber man muss es halt machen Denn ich möchte unbedingt schneller Wechsel auf 5 haben Und dafür braucht man halt wie man sieht Kasernenerweiterung auf 10 Dann brauche ich auch noch angeborenes Talent Dafür müsste ich hier die Sachen auch noch auf 3 ziehen Und dafür wiederum brauche ich größere Armee auf 1 Ja geht ja nur auf 1 Also einfach größere Armee geforscht Ja Leute Das wird auf jeden Fall noch dauern Aber ich bin dran Ich habe auch die 100 Millionen Forschungsmacht geknackt Kann ich euch mal eben kurz zeigen Hier 102 Millionen Forschungsmacht habe ich jetzt Schreibt mir mal in die Kommentare Wie viel Forschungsmacht ihr habt Und was ich auch noch sagen möchte Schickt mir bei Entschuldigung Schickt mir bei Line oder bei Facebook ein Screenshot von eurer Gildenleistung Das heißt ihr macht einfach einmal ein Screenshot von dem hier Wo man einfach sieht Welche Platzierung man Oder welche Platzierung eure Gilde hat Und wie viele Punkte ihr geholt habt Und dann macht vielleicht auch mal ein Screenshot Wenn ihr Bock habt müsst ihr aber nicht Von eure Top 9 hier Also genau so wäre das Und dann werde ich das auf meiner Facebook Seite posten Da will ich jetzt wieder aktiver werden Das habe ich in den letzten anderthalb Wochen ein bisschen schleifen lassen Da will ich eigentlich so alle zwei Tage was posten Da sind wir auch mittlerweile schon fast 200 Leute Und das obwohl ich da ziemlich inaktiv war Vielen Dank auf jeden Fall für den Support Leute Wie gesagt In nächster Zeit erwarten euch wieder mehr Videos Und natürlich trotzdem auch Livestreams Vielleicht werde ich den Gilden Showdown Livestreamen Aber ich werde auf jeden Fall wieder ein Video dazu machen Dann kommt ja auch immer nach den Ich habe es schon am Anfang gesagt Nach den Baronenschlachten Wunder Nicht Wunderschlachten Wie heißen die jetzt nochmal Battle Royale Dann kommt nach den Baronenschlachten auch immer Battle Royale Also es erwarten uns einige Sachen In nächster Zeit Und ich will demnächst auch ein Video machen Über das kommende Update Im Dezember Leute Es erwartet uns ein richtig fettes Update Da geht es um Monsterthemen So viel will ich schon mal dazu sagen Ich denke mal viele von euch haben es auch schon auf der Facebook Seite Von Lords Mobile gelesen Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt Denn das ist wieder so ein Update Wie bei den Dunkelnestern Was wirklich sehr früh angekündigt ist Das ist schon seit 6 Wochen angekündigt Und kommt erst in 4 Wochen Das heißt Die arbeiten da schon jetzt Sehr sehr lange dran Da erwartet uns glaube ich Ein sehr sehr großes Update Mal wieder Nicht irgendwie sowas Kleines Wo einfach nur Bookskins erneuert werden Oder so Oder ein neuer Heldenfahrt Modus Sondern ich glaube Da kommt was Großes auf uns zu Und da will ich separat nochmal ein Video zu machen Also Seid da gespannt Ich werde natürlich auch wieder Jetzt angreifen gehen Wenn ich diese 34.000 Kristalle In Truppen geballert habe Jetzt habe ich euch genug voll gelabert Wie gesagt Schreibt mir in die Kommentare Wie viel Forschungsmacht ihr habt Und ja Wie das Gildenevent bei euch war Und schickt mir eure Screenshots Dann poste ich die bei uns Auf der Facebook Seite Beziehungsweise auf der Facebook Seite Von AppGaming Und ja Könnt ihr ein bisschen Werbung Für eure Gilde machen Vielen Dank Dass ihr zugeschaut habt Und Bis die Tage Leute Viel Spaß noch beim Loads Mobile zocken Und Haut da rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal